Okay, heute sind wir wieder in der Filiale Espresso Perfetto Bilka Allee, aber heute mit der Buket. Die Buket arbeitet hier als Barista, du als mittlerweile erfahrenere Barista. Was würdest du denn jemandem sagen, der mit dem Gedanken spielt, da im Café Kontakt mit Menschen, Kaffee mag ich auch gerne. Was würdest du sagen, was der mitbringen sollte, wie er das Thema Ich-möchte-Barista-werden angehen könnte? Also wie du gerade schon erwähnt hast, ganz wichtig, Kontakt mit Menschen. Er muss es auf alle Fälle lieben, mit Menschen Kontakt zu haben. Er sollte stressresistent sein. Gastronomie ist einfach so kein Beruf, wo man was planen kann. Du kannst nicht sagen, um die Uhrzeit mache ich das, um die Uhrzeit das. Kommt immer anders, als du denkst. Natürlich, also sogar Stammkunden ändern ihre Uhrzeit, wann sie kommen oder ob sie nicht kommen. Deswegen, man muss geduldig sein, weil man weiß nicht, was einen erwartet, was der Kunde einen Quartag erlebt hat. Diese Launen können sich natürlich auch hier widerspiegeln. Und jetzt sage ich, okay, ich möchte mir das mal angucken, weil du kriegst ja auch dann so eine Barista-Schulung, wenn du dich hier bewirbst. Wie mache ich das? Einfach anrufen? Habt ihr einen Ansprechpartner, bei dem ich anfragen kann? Also, wir haben ja mehrere Filialen, auch Franchise-Filialen. Bei uns läuft das so, sie können sich natürlich direkt in den Filialen bewerben, aber ansonsten auch bei uns anrufen, vorbeikommen. Also einfach Telefonnummer. Telefonnummer blenden wir ein, Leute. Falls ihr dann spontan mal nachfragen wollt. Der Kollege hier würde sich doch darum kümmern, falls hier kein Bedarf wäre, dass es eine andere Filiale sein könnte. Also ich kann aus dem ganzen Bundesgebiet anrufen. Am besten frage ich doch nach Vinci, oder? Ja, genau. Den Filialeiter hier in Düsseldorf. Egal, wo ihr gerade sitzt und euch das Video anschaut. Falls ihr mal Interesse daran habt, in den Beruf des Baristas reinzuschauen. Jederzeit, oder? Jederzeit, ja. Wie bist du jetzt bei Espresso Perfetto als Barista gelandet? Das war so, ich bin jetzt seit einem halben Jahr hier. Corona-bedingt habe ich meinen Arbeitsplatz verloren gehabt. Und ich habe die Anzeige gesehen gehabt, dass hier Barista gesucht werden. Und habe direkt angerufen. Da hat mich auch der Kollege, den Sie gerade erwähnt haben, der Vinci, direkt eingeladen. Ich bin zum Vorstellungsgespräch gekommen und danach ging es auch eigentlich recht schnell. Ich habe einen Barista-Kurs gemacht und angefangen. Ja, ich denke, bis man die eigene Handschrift als Barista entwickelt hat, das ist dann auch im Job, richtig? Das ist einfach Learning by Doing. Jeder hat eine andere Technik, die Kanne zu halten, die Tasse zu halten. Das ist einfach so, das lernt man mit der Zeit. Das kommt dann mit der Zeit. Die Buket können wir natürlich nicht entlassen, ohne dass sie uns so ein paar Tricks und Geheimnisse verrät. Deswegen hatten wir uns überlegt, dass wir heute mal ein Cappuccino machen. Gerne. Vielleicht so erstmal, bevor wir damit starten, was zeichnet denn jetzt einen richtig guten Cappuccino aus? Beim Cappuccino ist wichtig, es ist eine 3 zu 3 Konstellation. Das heißt, ein Drittel der Espresso, ein Drittel macht die Milch aus und ein Drittel je nachdem die Crema oder der Schaum. Manche arbeiten lieber gerne mit dem Schaum und manche mit der Crema. Und du? Crema, wir arbeiten hier ausschließlich mit Crema. Mit Crema, okay. Warum kommt ihr jetzt eher über die Crema als über den Milchschaum? Was ist die Idee dahinter? Weil die italienische Art ist, einfach mit Crema zu arbeiten. Und Schaum ist, viele mögen es, den Schaum zu löffeln. Aber zum Trinken ist er eigentlich nicht das perfekte Getränk sozusagen. Wenn Sie ein Cappuccino haben, also mit Schaum, dann löffeln Sie den Schaum. Erstmal beim Trinken kommt er ja nicht mit. Bei der Crema ist es so, dass alles in einem sich verbindet und man einen richtigen Cappuccino, den originalen Cappuccino hat. Okay, verstehe. Okay, die Milch bei einem Drittel ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Gibt es jetzt auch bei der Milch Kriterien, die du bevorzugst, wo du darauf achtest, was zur Verwendung kommt? Bei der Milch ist sehr wichtig, dass sie kalt ist. Da die Milch beim Aufschauen bis zu 70 Grad aufgewärmt wird, sollte sie im Vorhinein kalt sein, damit sich das besser binden kann zu einer schönen Crema. Weiteren ist wichtig für den Geschmack, der Fettanteil natürlich. Je fettiger ist, mehr Geschmack vielleicht. Ja, klar, Geschmacksträger. 3,5 Prozent benutzen wir, ist auch so der Standard. Aber es gibt auch spezielle Milch, 3,8 Prozent. Wenn man es ein bisschen süßlicher bevorzugen würde, kann man auch den nehmen. Also der Fettgehalt ist wirklich Geschmack. Ich dachte auch, das Fettgehalt was mit dem Schaum zu tun hat. Das ändert natürlich, die Crema wird natürlich dadurch auch besser. Aber es ist natürlich auch Geschmack nicht eine andere Sache. Das ist wie bei einem Magerjoghurt, sage ich mal, der Unterschied von 1,5 Prozent und 3,5 Prozent. Den schmeckt man einfach aus. Ja, das stimmt. Das merkt man. Ja, okay, Buket. Dann schreiten wir doch mal zur Tat. Dann mach uns doch mal ein Cappuccino. Cappuccino? Sehr gerne. Also dann machen wir jetzt den Cappuccino. Wichtig dabei ist, dass die Tassen am besten vorgewärmt sind. Falls Sie eine Siebträgermaschine haben, die diese Funktion oben drüber hat, dann die Tassen am besten drüber aufwärmen. Ansonsten ein bisschen mit heißem Wasser ausspülen, damit sich der Geschmack des Espressos besser einfalten kann. Ich habe ein Malgerät, was automatisch eingestellt ist und bei einem Espresso oder Doppel-Espresso automatisch stoppt. Falls man das nicht hat, müsste man darauf achten, dass man entweder 6 bis 8 Gramm Pulver für ein Espresso malt. Ansonsten 30 Milliliter 25 Sekunden durchlaufen lassen. Das wäre schon mal der erste Schritt. Da wäre der erste Drittel mit dem Espresso drin. Als nächstes wichtig ist, dass die Milch, wie gesagt, kalt ist. Am besten frische Milch immer benutzen. Die diese auch erstmal frei laufen lassen, damit das Kondenswasser sich nicht mit der Milch gleich vermischt. Je nachdem, wie man das am besten halten kann, sollte ein Finger entweder unten drunter oder hier am Hebel die Kanne berühren, da man dadurch die Wärme der Milch besser einschätzen kann. Ist das eigentlich ein wichtiger Faktor, wie tief ich die Düse in die Milch eintaufe? Ja, je nachdem, ob man Schaum oder Crema haben möchte, ändert sich das. Man hört es aber auch raus, wenn man Schaum macht, hört sich das ein bisschen mehr nach einem Gequietsche an bei der Düse. Einmal abklopfen, damit sich die Bläschen nicht entwickeln und einmal umrühren. Als erstes die Milch von oben einlaufen lassen. Das wäre das zweite Drittel. Und dann die Tasse ein bisschen schräg halten, die Kanne ansetzen und mit dem Muster beginnen. Ein wunderschönes Herz. Für Anfänger wäre es immer am besten, wenn man mit dem Herz beginnt, da es eines der leichtesten Modelle ist und sich dann weiter aufarbeitet. Ja, die Buket, die wird eure Fragen gerne unten, wenn ihr die unten in den Kommentaren stellt, beantworten. Um weitere Videos, weil das war ja so der erste Einstieg, Buket, von uns sehen zu können, abonniert einfach den Kanal, aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr sogar eine Benachrichtigung, dass das ein neues Video online ist. Noch ein kleiner wichtiger Hinweis, in unseren Videos sind ab und an mal Gutscheincodes eingeblendet. Notiert die euch einfach und löst die im Espresso Perfetto Shop ein. Der Link zum Espresso Perfetto Shop, den findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, Buket, vielen Dank nochmal für den ersten Einstieg in die Zubereitung großartiger Kaffees. Was haben wir noch vor? Erstmal sehr gerne natürlich. Wir würden gerne dann Latte Macchiato, Milchkaffee oder vielleicht auch mal etwas mit einem doppelten Espresso ausprobieren. Gut, das füllen wir dann auch und du gibst auch da dann nützliche, großartige Ratsch. Sehr gerne, ich hoffe, ich konnte jemandem helfen und ein paar Tipps geben. Ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher.